Herzlich Willkommen, du Madden Fan da draußen! Schön, dass du zu einer neuen Runde Madden NFL 20 Pro eingeschalten hast. Wir müssen jetzt gegen Houston, Texas spielen, haben jetzt hier noch ein weiteres Spiel, was wir jetzt hier rocken müssen. Und wir gucken mal. Mixen sollte halt wirklich mal wieder irgendein bisschen fit werden, dass wir halt mal jemanden haben. Shroud, einer der, ja, einer der besten Quarterback-Neulinge-Rookies der Saison der Letzten. Auch Houston, Texas ist auch eine ziemlich junge Mannschaft gewesen. Das macht dann doch irgendwie ein bisschen mehr Druck müssen wir da machen. Ein bisschen mehr Druck. Stark, stark, stark. Aber gut, trotzdem auch stark von denen, ne? Der ist ziemlich schnell. Ah, das werden auf jeden Fall Punkte für die, ne? Ja. 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 Stark, drei und zwölf. Perfekt. Und die Defense hält. Der hat den Drive gestoppt. Oh. Der hat uns schon ziemlich dicht, ne? Wir können ja ziemlich... Wenn man so, so im Lauf. Ja, ziemlich, ziemlich, ziemlich schnell also. Das ist doch... Ja. Das ist doch... Da ist doch der Touchdown. Schönes Ding. Und das ist direkt immer mal ein perfektes Start eigentlich. Die Defense hält. Wir machen einen super Touchdown, einen super Pass. Mega langen Lauf. Richtig gut. So, now we get set to see Houston for their second drive of the ball game. And you know, it's certainly a lot of football left to play. We're not into December yet, but right now where we stand. They're in first place in their division, looking really good and looking to be a threat come January. Ah, war ein guter Run von denen. Ah, da müssen wir mal eigentlich davor schon stehen. Wir müssen irgendwie... Anywhere in January and hopefully get to the Super Bowl that way. A lot of scrimmage, the 37 on first and 10. Hand off right side to Pierce. And now off to the races down the right side. And they'll get this well past midfield before being stopped just before the 35. So they'll come up in Bengals territory now with a first and 10 at the 37 yard line. And they'll go right back to Pierce. And an excellent job of finding the opening as he's got this now all the way down to the 22. Add the gain here to the previous play and it's better than 40 yards total. On first down, here's Stroud. Has his complete to Woods. He takes it to the 15. A nice display of power. And gives him a nice pickup. So the completion good for seven there. That it's second down. Devin Singletary with his first carry of the game. Ah, starker Move von denen. Okay. Okay. After one seven nothing on EA Sports. They'll throw it with Stroud here. First and ten. Nein! Und er macht ihn. Oh, keiner ist da. Ja! Ah, schade, 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 schade. And we are tied at seven. So I'll leave it at seven now as they kick it away. Das heißt, wenn wir den Drive jetzt hier machen. And he'll be stopped up at the 25. And now it looks like he's in some discomfort after being tackled at the end of that return. The Sensi offense about ready to go here on their next drive. And Charles, if the season ended today and it's not going to, we still have December level. Oh, traumhaft. 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 Oh, traumhaft einfach nur. Two catches, two touchdowns here so far. And the Bengals have taken the lead. Man, ein bisschen was für unsere, man, ein bisschen was für unsere, für unsere Statistik. Vielleicht halten wir sehr jetzt auf. Starkes Ding. Here's Desmond King on the return. And here comes the Texans now. After that last score we just saw, now 14 to 7. So a chance to march down the field here and try to tie this football game. Yeah, 2-1. Good gain of 9 on the first down. First play of the drive. Let's give credit all around. Excellent blocking, but the guy carrying the ball, he was the finisher. A really nice run. And here's gets it again on second down. And he'll be taken down right around the 34, after a pick up of the only yard. Yeah, come. noch mal die machen ihre Pässe es ist nicht so schlecht was sie da spielen etwas 2 4 2 3 3 5 6 7 6 7 6 7 5 mit viel denn der 49 72 jahres röschung vor bis hier ist mit der stadt wir das first in den haben wir direkt das beste wäre natürlich wenn wir jetzt noch mal im ballbesitz kommen würden ja das ist aber ja weghalten weghalten jetzt stradet jetzt stradet schultz zwei minuten kommen wir haben jetzt den ball und einen zweiten start mit zwei minuten das könnte man ausnutzen fast 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 hier auf der fahrzeuge in kompletions an der first two throws hat zum hundling up and tried to figure out a big play here on third down to get their momentum going das haben wir gebraucht den kack musst du doch mal fangen so langsam nervst du mich ohne witz ist mein eigener spieler nervt ich mache es macht die alleine fertig sagt eine Minute kommen wir uns den halten wir jetzt noch wir haben jetzt mit dem 25 25 55 Sekunden gebraucht logisch die werden jetzt wahrscheinlich auch noch ihre timeouts ja die haben mehr timeout genommen ich glaube die merken jetzt auch das macht ich kann es nicht mehr weil die Angeln der Beziehung wenn du ihn gehst, dann wirst du ihn auch und denkst du, ich muss da sein Oh Hendrickson der Sack Mann Trey Hendrickson macht das jetzt 8 Sacks für ihn auf der Saison nicht mehr zu riskieren sie werden es sicher für die Runde und er wird auf die 30-40-Jahr-Line und wir sind direkt wieder am Ball, das heißt also wir können jetzt schön run inside und die gehen eher mehr run outside und schön ist wir haben sie geblockt, konnten nicht punkten wir sind direkt wieder am Ball Jamar Chase hat einfach 3 Touchdowns gemacht ja die rennt den halb weg Schade, hat nichts gebracht ja das ist halt Jamar Chase was witziger tun der rockt alleine dieses Spiel ja jetzt mal den selben Spielzug eigentlich wieder aber die wir brauchen zu jetzt brauchen wir eigentlich einen Big play Shipman macht das ja ja puter poppons Shipman einfach schon 244 jahres geworfen den habe ich nicht gesehen ich habe mich eher nur aufs werfen so was machen wir ja wir machen natürlich das ist jetzt bitter für die wir machen es einfach schon wieder 222 ist immer vorne die laufen jama chase macht jetzt schon richtig was gut für seine statistik ja ja ich denke das ist ein bisschen, weil jetzt die Ergänzigkeit hat zu starten. Du kannst nicht raus und gehen drei und nach. Jawoll. 2,24, ne? Zehn Jahr ist er gelaufen. Ja, jetzt dem Rally sehen wir die Mann. Jetzt blitzen wir nochmal. Oh. Ja, der Schulz war auch ziemlich gut, ne? Der Tight End, ne? Hätten wir vielleicht sogar nicht pushen sollen, sondern eher vielleicht diesen Pass. 2 und 7. Alles gut. Wir tun die von uns abhalten. Wir tun die, die haben nicht so starke First Downs, ne? 3 und 11. Hubbard und Dingen sind halt die Besten in ihrer Position, ne? Da ist die Defense End. Ja. Du kriegst dann immer den falschen Spieler, ne? Das nervt so. Ob es so ist wie bei FIFA, ne? Das man da eigentlich einen anderen will und kriegt die dann nicht. Aber nicht schlimm. 12 more Yards there and another first down. Jetzt pushen wir mal ein bisschen. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Wir haben zwei, wir haben jetzt zwei, äh, Touchdowns Vorsprung. Die Flagg geht wahrscheinlich gegen uns, Hendricks, ne? Yes! Stark! Und, you know, depending on their positioning, where you are on the field, the umpires get different responsibilities, but always, always making sure no one's holding. Jawoll, 22, muh. Langsam müssen sie was tun, mit 22, aber gut, 1 Pick play, ne? 3 und 10, ja. Man, die müssen gleich eh laufen. Das heißt, sie spielen wahrscheinlich im vierten eh noch aus, ne? Back to throw, here's Stroud. Die müssen sie auch. Die spielen den eh aus, oder? Ja, müssen sie auch. Hey, was? Egal, egal, die haben, oh, ah, die haben, okay, okay, geil, ja, dann habe ich jetzt übersehen, ja, hatte ich den Falschen, weil ich irgendwie, ich war, ich war nicht in der Passstimmung, ich habe das gerade gar nicht so realisiert. Also Chama Chase, Spiel seiner Spiele, also bestes Spiel von Chama Chase, dieses. Ich würde sagen, wir rennen mal eine Runde. Ja, wollte ich auch vorschlagen, dass sie mal... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So. Ah, scheiße. Das hätte ich nicht machen dürfen, aber gut, das Spiel ist eh so gut wie rum, dass da noch was anbrennt. Ja, 3-13. Aber sie probieren es noch, oder? Ja, werft es den weg. Panten die oder spielen sie es aus? Ja, gut, sie müssen es. Ja, gut. Ja, 1.19. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Schade, schade, schade. Aber gut, wir haben 20 Punkte Vorsprung, da passiert nichts mehr. Da passiert nichts mehr, da brennt nichts mehr an, also das wäre ja richtig. 2 und 9, perfekt. Ja, das ist ja einfach der Spieler, der spielt. Und der Fumbler ist 30, ne? Schade, schade, schade. So, dann machen wir jetzt noch am Ende. Schade, 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 schade. Ja, schade, 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 schade. Yes! Boom! Wir haben es einfach mega zerberstet. 14 zu 42. Das können wir gewesen sein. Oh! Ach ne, wir sind der Defense, ja. Ja, ja, ja. Yes! Und das war's! Boom! Machtdemonstration der Bengals, Mann. Oh, überlegt mal 304 Yards. Oh, einfach, Boro einfach überragend gewesen. Und Jamal Chase brutal. Also, da müssen... Ja, die müssen... Ja. ... ... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.